Auf geht's. Cheers. Tanz zum Beispiel habe ich verloren. Ist doch schön. Es war einfach ein sehr schönes Gefühl, ein geborgenes Gefühl. Ich habe mich sehr geborgen gefühlt. Also ich habe heute das erste Mal wirklich mich noch besser auf dich konzentrieren können. Okay, schön. Und alles, was du gesagt hast, hat mir sehr, sehr zugesagt tatsächlich. Bis zum nächsten Mal. Und küssen kannst du auch. Ich finde das immer so, dieser Moment vor dem Kuss ist immer... Ich meine, Bart hat da immer so drauf. Du bist schon so ein Grobmotoriker, oder? Ich bin ein Grobmotoriker, wieso? Sie hat auf einmal aufgehört und es war ja ein schöner, leidenschaftlicher Kuss. Und dann hat sie auf einmal aufgehört und hat gesagt, ja, du küsst gut. Ja, und ich finde es wichtig, irgendwas hat sie dann noch gesagt. Ich weiß es nicht mehr, ich habe es schon vergessen. Aber Tallul Effects. Es ist eben nicht so etwas zu Ende Wednesday. Bei der Mitte ist das Jahr am 40 ups. Genau, GPA4 namens Nase.